Für beide Mannschaften sind es die gleichen Bedingungen. Es wird sicher warm sein am Sonntag. Wir müssen viel trinken, uns ab und zu wieder runterkühlen, vor und in der Pause natürlich. Wir müssen einfach auf den Platz gehen und alles geben, damit wir die ersten drei Punkte einfahren können. Es ist sicher auch eine neue Situation für uns. Da müssen wir uns zuerst recht finden, dass wir zu Hause kreativ sein müssen. Wir müssen auch gewisse Positionen haben, wo wir Entscheidungen von Spielern treffen müssen, die auch mal zu einem Goal führen können. Nur gut spielen und Chancen erarbeiten, das gibt keine Punkte und dementsprechend wirkt das auch auf der Rangliste. Wir haben oft viel Selbstvertrauen hier am Ende, aber das ist nicht mehr so wichtig. Wir schauen auf uns und wir wollen konzentriert auftreten und unbedingt die ersten drei Punkte holen. Es muss zuerst gespielt werden, Druck haben wir in jedem Spiel und es ist eine neue Chance für uns, ein neues Glück. Wir wollen alles daran setzen, es ist konzentriert geschafft worden diese Woche und wir setzen alles daran, dass wir das Spiel so erfolgreich wie möglich gestalten. Bis zum nächsten Mal.